Oh mein Gott, das fängt ja schon krank an, ja? So, ist der Ton okay, Chad? Ich hab meinen Pulsregler gefunden, jetzt muss es nur noch anschlagen. Ist immer noch zu laut, ne? Yo, Alter, wie laut ist das Game? Ach so, das kommt mir so laut vor. Äh, Jesse! Trick für mich... Was? Ich hab dich nicht ignoriert, Jesse. Was geht? Kann man das nicht auf Deutsch umstellen? Oh mein Gott, Alter. Fick doch meine Mutter, Mann, diese Geräusche. Fick meine Mutter. Ja! Gott! Gott, verdammt, ich hab nicht mal angefangen. Scroll backward mouse, real to quick send. Oh mein Gott, Chad. Jesse, was hast du geschrieben? Jesse, was hast du geschrieben? Okay, jemand ist geschafft, doch hast du eine Hallo gesagt. Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut in meinem ganzen Körper. Ich stell's grad noch ein bisschen leiser gleich. Okay, da ist wohl ein Mädchen gestorben. Okay. Also, es ist ein Mädchen gestorben. Und, äh... You are late. They are waiting for you. Und wir müssen jetzt mit diesem Mädchen reden. Mit nem Ouija-Brett. Oh mein Gott, das wird so... Oh mein Gott, das wird so heftig. Ich ficke. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, da sind die. Hallo, Jungs. Uriah heißt er. We are pleased to assist you to communicate with your loved ones. No, make it up to them and live with no regret for the rest of your life. Alles klar, dann gehen wir hoch und drehen mit unseren Liebsten. Hier ist sie verstorben, ne? Okay. Warte mal. Ich muss mir grad mal kurz die Steuerung angucken. Phone C. Fire? Oh mein Gott, man kann schießen? Okay. Ja, what the fuck? Abgeschlossen. Ah, hier, 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 hier ist das Ouija-Brett. Okay. Okay. Start the gang. You are not ready yet. Achso, ich glaub, wir müssen erst mal mit denen reden, oder wie? Ah, ich hasse so... Was war das? Sei es drum. Gut, was ist mit ihm? Okay, Fire. Let's start now. Go and grab the... ...planchette in the bathroom. Alles klar. Okay, wir brauchen irgendwas aus dem Badezimmer. Okay. Len. Hi, Jason. I am Len from the Panoramal Club. Glad that you come to us. Read your email about the difficult time you experienced after the death of your family. So, der konnte ich gar nicht lesen, Mann. Okay. Okay, also unsere Familie ist tot. Aber da stand doch gerade, Chat. Move, crouch. Fire, use... Oh! Ach, Prawn. Ah, okay. Ach, hier. Oh, oh, shit. Kommt der denn hierhin? I heard some weird noise. What happened? Ich hab irgendwelche komischen Geräusche gehört. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Gut. Ich glaub, die sitzen jetzt oben, oder? Ne, immer noch nicht. Okay. So, der wollte... Oh, oh, shit. Oh, fuck. Naja, dann müssen wir nach oben. Also, mit denen können wir nicht reden. Der Typ ist ganz mysteriös. Gut, dann wollen wir mal... Oh, oh, mein Gott! Fick doch, meine Mutter. Fuck. Ey, yo. Jetzt. Are you a girl? Achso. Ich dachte, das ist mit Mikrofon. Was hab ich? Was hab ich? Buch oder Dotz? Ich glaub, äh, das waren, äh, das ist ein Poltergeist. Ist irgendwer hier? Are you the murderer? Bist du der murderer? Keine Antwort. Red Room was saying, that your mom forced you to suicide. Is it true? Oh, 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 oh What the fuck? Oh my god, nein. Was ist jetzt passiert? Oh, du Scheißratte! Ich werde dich fressen! Okay, alles klar! Jo, alles klar! Ja, 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 ja. Ach, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist gut, ist gut. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt hat er uns wahrscheinlich geholt. What the fuck? Oh, 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 what the fuck? Oh my god, rennen, 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 rennen! Holy shit, was ist das? Oh, oh, fuck. Holy fuck. Oh mein Gott, Alter. Ich werde nie wieder in meinem Leben ein Ouija-Brett anfassen. Nicht mal dann... Nicht mal dann, wenn wir Phasmo spielen. Ich werde das nicht mehr anfassen. Klaub mir, auf gar keinen Fall. Da können mich sogar zehn Vampire holen. Ne. Okay, fick meine Mutter. Alles klar, ich habe nichts gesagt, Mann. Wie kann ich... Wie kann ich Feuerzeug benutzen oder so? Gibt es ein Inventar? Da. Ich weiß euch, das ist ein bisschen zu heavy, ja? Das sind Dots, ne? Äh, Orbs meine ich. Das sind definitiv Orbs. Die Kerze geht gleich aus. Okay. Hier liegt ein Zettel. Warum nicht direkt so? Is Mom still angry with me? Is she fine? She looks sad, unreached. But Dad is still with us. I knew it. That boy is such a liar. Mom told me she's fine. I should take care of the housework and let Mom have a rest. Okay. Na, toll. Gut. Dann lassen wir mal die Mutter. Alter, ich ahne nichts Gutes, ne? Ich ahne wirklich nichts Gutes. Hier kann man durch. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Und hier braucht man ein Code. Okay. 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 Müssen wir mal grad mal gucken. Auf dem Zettel stand ja jetzt nichts, ne? Wow, 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 wow. Fuck. 1998 0615, okay. Also ich hätte fast gesagt, wir brauchen irgendwo ist bestimmt ein Code zu finden. Äh, Weecher-Brett benutzen. Äh, neue Kalar-Punkte. Niemals. Niemals. Never ever. Oder? Boah, das ist echt eine gute Idee, aber ich würde das nicht alleine machen. Das ist... Ah, doch. Aber dann mache ich das mit, ähm, 500.000 Punkten. Aber nein, nein, ich, äh, würde das machen. Ich glaube, ja, aber nicht alleine. Nur halbe Million Kanalpunkte würde ich dafür einsetzen. Definitiv. Aber sonst würde ich es niemals machen. Alleine auf gar keinen Fall. Nachher hört ihr halt nichts mehr von mir. Dann bin ich verschwunden. Ne, 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 ne. Soll ich das wirklich machen für eine... Aber ich würde das nicht alleine machen. Aber wie sollen wir denn rufen? Ich weiß es nicht. Also, keinen von denen, den ich kenne, der verstorben ist. Definitiv nicht. Auf gar keinen Fall. Okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal zurück hier. Also, wir brauchen einen Code. Und den einzigen, den ich jetzt... Ah, guck mal. Seht ihr das? Happy Birthday. Okay, wir müssen diese Zettelchen finden. Okay, das macht die Sache natürlich einfach. Weil wir jetzt wissen, was wir tun müssen. Okay, das heißt, wir suchen jetzt nach Zettelchen. Ich fahr das mit der Tür. Ich fahr das. Okay. Ne, lass es, geht's? Ja, ich lass es, ich lass es. Hör mal, geht die Tür nicht auf? Achso. Ne, ne, damit spielt man nicht. Glaub mir. Nachher bin ich wirklich irgendwo verschwunden, Mann. Also, man kann, seht ihr das? Man kann da durch, aber irgendwie. Ich guck mal ganz kurz nochmal die, äh, Steuerung an. Prone, Run, Jump. Okay, wir können springen. Use. Lean, Left, Lean, Right. Okay. Aber die funktionieren gar nicht, die, äh, Tasten. Springen geht. Aber nicht weiter. Na gut, wir suchen mal kurz nach dem Zettel. Also, irgendwo muss hier noch ein Zettel sein. Hm. Okay, also hier ist nichts. Vielleicht hier im Kühlschrank oder so? Hier sind die Üb... Aha! Ein Zettel haben wir. Okay, 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 cool. Okay. Wir brauchen aber, glaube ich, noch eins. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir müssten noch eins haben. Hallo? Ja. Oh. Okay. Wer war das? Oh, oh, scheiße, oh, 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 meine Mutter, meine Mutter wird die ficken, fuck, oh, 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 shit. Oh, mein Gott, nein. Nein, 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 man hört nichts, Alter. Man hört nichts, man hat nichts gehört. Also, ich, ich hab sie nicht, ich hab nur dieses Hallo, ach, fick doch die Mütter. Ich weiß nicht, wo ich gekommen bin. Oh, shit. Oh, fuck. Can you see me? Oh, 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 shh, shh, what the fuck? Aber die... Icke, kuss für die 30 Bits vor 5 Minuten. Kuss, 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 ikke. Kuss, ikke. Hä, das kommt mir irgendwie alles bekannt vor, ich weiß es nicht. What the... Happy Birthday. I'm turning six today. I was supposed to be happy, but my mom slapped me. I'm sad. I was telling her what I heard. There was a boy at my birthday party, who told me, my dad is leaving us for another woman. Oh, ha. Oh, mein Gott. Okay, da kann ich verstehen, warum sie so drauf ist. Whoa, 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 what the fu... Ich hab ne Kerze. Okay, da war halt ein Junge auf ihrer Party, der ihr gesagt hat, dass der Vater sie verlassen wird, also die Familie verlassen wird, für ne andere Frau. So, und die Mutter hat sie wohl geschlagen? Ja, genau, das hab ich dir gesagt, Sam Klus. Oh nein, die Musik ist aus. Oh, die Musik ist aus. Da hinten war auch noch ne Tür, Jet. Ich krieg's hier nicht auf. Hä? Ich krieg... Da ist aber nix. Okay, ich krieg's hier nicht auf, die Tür. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Oh. Ah, wir haben das letzte Papierstück gefunden. Hört ihr das? Das hört sich an. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Oh, scheiße. Was ich sagen wollte ist, hört ihr das? Das hört sich an wie ein Zug. Was ist denn jetzt los? Was ist denn so? Hä? Okay, der Raum hat sich verändert. Alles klar, gut. Okay, überall ist Licht an. Was zum... Was zum Fick? Ist das unser Vater? Oder der Vater von dem Kind? Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Gut, 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 gut. Gut. Happy Birthday. Okay, das könnte der Code sein, Chat. 0523. 0523. 0523. 0523. 98.0523. Das Enter, ne? Denied. Auch. Geht nicht, okay? Nee, das geht nicht. Irgendwas stimmt mit der Leiche hier oben nicht. Ist das nicht eine Nummer? Abgeschlossen. Äh, ich guck nochmal, ja? Ja, ich hab's gerade eingegeben. Also, ich hab 1998 0523 eingegeben. Oder 0523 hab ich eingegeben. Das ging nicht. Okay. Vielleicht so rum, ja? Das versuch ich jetzt auch sofort. Eine Sekunde. Wir gucken uns nur kurz um. Ob es hier irgendwas gibt. Weil überall ist jetzt komischerweise Licht an. Das war's. Vorher nicht. Vorher war nämlich alles aus. Okay, wir versuchen's. Auf, äh, deutscher Rechtschreibung, ne? Achso, nee. Das hab ich schon gemacht. Oh mein Gott. Fick mich doch. Ich hatte nur 9 vergessen. Also, hab ich's doch richtig gemacht? 1,998. Nee, eigentlich nicht. 1,998. Hier. 1998. 0523. 05. Oder hab ich's wirklich vergessen? Doch. Hä? Oh mein Gott. Ja, okay. Alles klar. Dann war das mein Fehler. Oh! Oh! Oh mein Gott! Hey, schau! Oh! Oh fuck. Sarah's room. Sarah's room. Daddy, Mr. Teddy, wants to play hide and seek with you. Can you bring me Teddy back to the bedroom? Love you, Daddy, Sarah. Okay, also, Gottverdammt. Okay, wir müssen ihren Teddy finden und ihn hier aufs Bett legen, weil er mit uns verstecken spielen möchte. Ah, leck mich doch am Arsch, man. Mom confronted Dad on his affair and the rumors. They started to quarrel. Also, I'm scared. Is this my fault? I shouldn't tell Mom about that rumor. Also, das heißt, die Mutter konfrontiert den Vater über seine Affäre und die Tochter denkt jetzt, ob es ihr Fehler sei. Also, die Tochter macht sich jetzt Vorwürfe, dass sie eventuell so die Trennung verursacht hat. Lebst du noch? Also, ich nehm mehr. Warum? Bist du auch gestorben, Jesse? Alter, wenn Kinder wieder im Spiel sind, das ist schon echt ein bisschen heavy. Vor allen Dingen sowas. Okay, Mutter, Vater haben sich gestritten. Alles klar. Ja, und die Tochter macht sich selbst Vorwürfe. Die Tochter hat sich entweder umgebracht oder wurde getötet. Eins von beiden. Die Tochter hat sich entweder umgebracht oder umgebracht. Ich schäme meine Mutter für sein Verlust. Ich habe Angst in das, um zu schämen. Soll ich mich nicht beobachten. Alles wird okay. Krass, sogar die Nachbarn haben die komplett fertig gemacht. Dafür, dass ihr Mann, also der Vater von ihr, fremd gegangen ist. Sie soll sich schämen und keine Ahnung was. Also das ist schon sehr reudig. Das ist schon heftig, Jesse. Das ist, boah. Ich glaube, ich würde so ausrasten. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall einen Teddy finden von der kleinen. Diese Uhren sind ekelhaft, ne? Abgeschlossen. Oh mein Gott, mach die Scheißuhe aus! Gut, wo steckst du, Teddybär? Wo steckst du, hä? Wo steckst du, kleiner Teddybär? Aber ich muss sagen, das Haus sieht schon okay aus. Da ist er! You take the Mr. Teddy. Okay, wir haben jetzt Teddy. Okay, wir haben jetzt Teddy. So, wir gucken mal kurz, ob wir da raus, äh, ob wir da luck auch können. Boah, das ist schon krass, Jesse. Abgeschlossen. Okay. Gut, bringen wir jetzt mal ihr Teddy. Achso, ne. Wo ist das Kinderzimmer? Hier links, ne? So. Alles klar. Aufgabe erledigt. Also entweder, wir haben uns nicht verabschiedet von dem Ouija-Brett und sind jetzt tot. Oder ein bisschen... Ich kann das nicht ausmachen. Mhm. Ich kann es nicht ausmachen. Es gibt doch keine Färben. Ah doch! Watch, watch, watch. Watch. Was macht das? Was zum Henker? Was zum Henker? Was zum... Mach das. Ja. Was ist das? Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy fuck! Gott, hier sind überall Uhren, Alter. Hier sind überall Uhren. Holy. Oh mein... Hä? Ey, wir sind wieder hier in dem... Jo, was ist hier passiert? Oh mein Gott! Nein! Fuck! Was ist hier passiert? Die Uhr tickt langsamer. Oh mein Gott, okay, alles klar. So lange hier keine Kreuze sind, ist mir alles egal. Mom lockt herself in her room for a week. Dad is not coming home either. I am so lonely. Die Mutter hat sich einfach für eine Woche selbst eingesperrt in einem Raum. Vater ist nicht gekommen und sie fühlt sich sehr alleine. Und das gesprochen von einem Mädchen. Von einem kleinen Mädchen. Okay, alles klar. Gut. Okay, ich fickle dich. Ich übersetze das Soundcruise. Ja, ist halt ein englisches Game. Okay. Okay, okay. Alles klar. Gut. Also, das kleine Mädchen. Dem kleinen Mädchen. Da ist der Zettel. Find the spare keys to get inside mommy's room. Okay, wir müssen einen Schlüssel finden. Um... Fick doch. Um, äh, ins, äh, in den Raum gelangen zu können, wo die Mutter sich eingesperrt hat für eine Woche. Ob die sich jetzt da umgebracht hat? Alter. Also, danach ist es echt, äh... Dragonfly. Schlaf schön, gute Nacht. Wir schreiben. Okay, wir brauchen nur noch einen Schlüssel. Um ins Zimmer zu gelangen. Von der Mutter. Gute Nacht, äh, Dragonfly. Schlaf schön. Okay, wo könnte ein Schlüssel sein? Also, so richtig umgeguckt haben wir uns ja nicht, weil wir... ...erst mal... ...reingekommen sind. Alter, noch geht's. Ich schwör's euch, noch geht's. Abgeschlossen. Okay. Das heißt, der Schlüssel muss irgendwo hier sein. Der Schlüssel muss irgendwo hier sein. Boah, dieses, uh, dieses tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Aha, Licht. Licht ist immer gut. Zippo. Warum auch immer. Okay. Ich hab jetzt nur ein Zippo hier gesehen. Noch mal einen Schlüssel. Vielleicht hier irgendwo auf dem Schrank. Nee. Nee. Okay, das können wir knicken. Oh, die so verfickte Uhr, ne? Okay, hier auch nicht. Scheiße, wo kann ein Scheißschlüssel sein? Hier auch nicht, Alter. Hallo, Full Events. Hallo. Ah, hier. Aha. Aha. Oh, die Steuerung ist so schwer. So, jetzt. Was? Hä, was war das jetzt? Nein, 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 geh weg. Holy shit! So, hier ist die Mutter drin. Also. Die ist immer noch da drin. Die ist immer noch da drin. Halt's mal, wie kann die hier noch drin sein? Nein, 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 nein. Was ist so... Das Video zeigt dir... Ashley kam alleine zu dem Hospital, um Hilfe an ihrem psychologischen Problem. Ihr Vater lebte hier, nachdem sie ihn über ihre Affäre konfrontiert hat. Die ganzen Nachbarn haben sie fertig gemacht. Sie wurde depressiv. Ihre Depressionen wurden schlimmer. Sie ist jetzt im Krankenhaus. Und die ganze Hilfe, die sie da bekommen hat, hat nicht ausgereicht. Okay. Das war jetzt wirklich sehr, sehr grob übersetzt, aber egal. Na toll. Wir gehen mal nach oben. Ist das ein Aufzug? Ist das ein Aufzug? Oh, what the... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war mal ein Bug. Das war mal ein Bug vom Feinsten. Einfach unter die Karte. Okay. Dann wollen wir mal, dass das nicht nochmal passiert. Ich stelle mich jetzt hier hin. Sehr gut. Was ist das hier an den Wänden? Das verstehe ich nicht. Seht ihr diese roten Punkte? Ja, du hast das Gebäude in die Luft gebracht. Ja. Glaube ich auch. Okay, also es ist ein Krankenhaus. Es ist ja jetzt keine richtige Anstalt. Und die Mutter hat sich halt hier einweisen lassen, weil ihr Mann sie verlassen hat. Die Tochter macht sich Vorwürfe. Ähm, zu Recht, weil sie hat es ja der Mutter erzählt, dass der Vater eine Affäre hat. Jetzt hat sich die ganze Familie gekillt wahrscheinlich. Die Tochter ebenfalls. Und die Geisterjäger, also wir, wollten mit der Tochter sprechen. Oder mit der Mutter. Eins von den beiden. Oder mit der Familie generell. Und ja, der Geist ist ausgerastet. Also die Tochter. Und hat uns jetzt irgendwo hingezehrt. Das ist der aktuelle Stand. Und? WTF? WTF? Alles okay? WTF? 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 Verpiss dich? WTF!? WTF? WTF?! DAT yBONIEK NOT empre tatungen, WTF? WTF?! 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 WZITBES! WTF?! 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 W swap clean. WTF?! 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 Jetzt sei er. Gute Nacht. Warte mal. Gut. Wow, wow. Also irgendwas geht hier ohne Scheiß. Irgendwas geht hier vor. Okay, hier ist irgendwas. Hier hinter ist definitiv irgendwas, weil hier sind die Blutspuren. Aha. Habe ich es mir doch gedacht. Holy shit, man. Oh, wir brauchen ein Ventil. Okay, wir brauchen ein Ventil, um hier durchzukommen. Okay. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weitersuchen. Ja, steht oben weiter. Musst du mal schauen. Meinst du mich, Jesse? Ernsthaft? Verändert sich das Gebäude? Achso, nee, kein Problem. Na gut, okay. Wir wissen ja schon mal wenigstens, dass wir ein Ventil brauchen. Das ist ja schon erstmal die halbe Miete. Dann irren wir jetzt nicht planlos durch die Gegend. Okay, da brauchen wir einen Code. Alles klar. So, gucken wir mal, was hier ist. Oh. Können wir zurückgehen? Können wir zurückgehen? So wie wir auf den Bildern aussahen. Also glücklich und zufrieden. Back to the wedding day. Should we live happily ever after without rumors, without Sarah? Ohne Sarah? Ah, was? Yo. Warte mal. Will die Tochter die Mutter nicht? Äh, will die Mutter die Tochter nicht so rum? Ich dachte, da leuchtet was. Das ist nur ein Tropfen. Okay, hier ist nichts. Okay. Also ich glaube, dass die Tochter, äh, dass die, äh, Mutter sogar so weit gehen möchte, ihre Tochter abzustoßen, nur damit sie ihren Mann wieder bekommt. Alles klar. Sachen gibt's. Abgeschlossen. Okay. Okay, wir haben jetzt das Ventil, glaube ich. Wir gucken uns aber trotzdem noch rum. Abgeschlossen. Oh mein Gott. Okay, wir brauchen... Keycard. Okay, wir brauchen eine Keycard. Oh mein Gott. Okay. Oh scheiße, fick mich. Fuck. Fuck. Okay, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, fuck mich doch. Oh. Oh, fuck. Oh mein Gott. Okay, das war so unerwartet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Kommt das nochmal näher? Oh Gott, verdammt. Okay, hier gibt's nichts. Ja, die Kerzen können natürlich 10.000 Jahre brennen, aber unsere brennt nur 5 Minuten gefühlt. Wie kommt irgendwo das komische Geräusch her, ne? Ich würd sagen, wir haben's. Wir haben's, wir haben's. Ah ne, warte mal. Hä? Äh, doch, 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 wir haben's. Hier waren wir schon. So. Hier lang, ne? Meine Kerzen brennen 4 Stunden. Ah, nicht so wie unsere Kerze, Jesse. 5 Minuten. Okay, es gibt links und rechts einen Weg. Ach so. Äh, sie hat angefangen, sich selbst zu verletzen vor dem Spiegel und hat angefangen, rohes Fleisch zu essen. Das klingt für mich eher so wie, als ob die sich zu einem Dämon oder irgendwas verwandelt hat. Oder zu einer Bestie oder irgendwie so. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Okay, 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 okay. Ich halt einfach die Fresse. Ich sag gar nichts mehr. Oh, 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 fuck. Ich sag gar nichts mehr. Kuss, Merville, für die 30 Bits. Bye, bye. Bye, bye? Kuss, kuss. Oh, scheiße, fink meine Mutter. Nicht, komm, Merville, ich werde dich sowas von... Fuck. Pinga-Laufkurs für die 50 Bits. Fuck. Ich hab mich so konzentriert auf das, was du geschrieben hast. Kuss, Pinga-Lauf. Wir haben einen scheiß Schlüssel, aber... Ah, ich glaub, ich weiß für welche Tür. Da gab's eine Tür, die war abgeschlossen. Oh mein Gott. Ich küsse euch beide. Aber das ist echt keine gute Idee, was wir hier grad machen. Hier, die Tür war abgeschlossen. Warte mal, die Tür ist abgeschlossen und irgendeine Tür ist noch abgeschlossen. Okay. Oh mein Gott. Ne, das ist ein anderes. Das andere mit diesen Monstern und den Taschenlampen ist schon... Haben wir schon geschafft, Merville. Oh mein Gott, da ist ein Scheiß. Da ist ein... Da ist ein gottverdammtes Kind. Ich frag mich echt, was diese roten Dinger zu bedeuten haben, ne? Ich hab die schon bei sehr vielen Horrorgames gesehen. Diese roten Punkte da. Aber es ist... Keine Ahnung, vielleicht ist das einfach nur wegen der Unreal Engine, weil... Die Assets, die werden immer gleich benutzt. Ist jetzt nur eine Vermutung. Wo ist das Kind langgelaufen? Hier links, oder? Naja, der Typ, kennst du den noch von dem Laden? Der war unten, hat uns einen Schlüssel... Äh, hat uns eine Karte gegeben und sind dann nach Hause gefahren. Da ist jemand gegangen. Mom's conditions began to deteriorate... Alter, was ist das für ein Wort? Deteriorate? Deteriorate? Kenn ich nicht. Also das Wort kenn ich nicht. Even after she received her treatment, we are running out of money. Mom started to have a delusion that that is still around. Und krass. Das Geld wurde knapp und die Mutter hatte dann angefangen, Illusionen zu bekommen, dass der Vater immer noch irgendwo im Haus ist. Ja, da ist eine VHS. Ich wollte erstmal lesen, was hier ist, okay? Be... Be... Watching me? Be Joe watching me? They are watching me. Achso, they are watching me. Wo ist das in my head? Stimmen in meinem Kopf? Sie schauen mich alle an. So, wo wird die Kassette abgespielt? Gibt's hier einen Fernseher? Ne, ne? Ich glaub unten. Ich glaub, wir müssen wieder runterfahren. Hallo, Kasparius. Oder es gibt einen VHS-Raum. Das kann's auch sein. Oder dieses Geräusch, was wir grad hören. Das könnt ihr vielleicht... Hört ihr das hier? Ne, doch nicht. Ich glaub, wir müssen runter. Das heißt sowas wie Vorkommen. Achso. Okay. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir müssen runter. Ich glaub, kann ich abspeichern? Warte, wir speichern kurz ab. Falls das wieder bugt. Ne, wir können nicht runter. Okay, alles klar. Dann, ähm... Muss hier irgendwo... Videokassettenspieler sein. Ich weiß aber nicht wo, Leute. Hier vielleicht? Nein. Hier definitiv nicht. Gott, wir dürfen nicht so viel rennen, Alter. Scheiße. Hier sind die Toiletten. VCR-Player. Wir brauchen einen VCR-Player. Oder VHS-Player. Gott, Alter. Das sieht schon. Okay. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall einen VHS-Player. Okay. So, hier ist er nicht. Und von da haben wir das. Okay. So, hier... Ist nichts. Da haben wir nur das Zahnrad her. So, hier brauchen wir eine Keycard für. Access denied. Aha. Seht ihr das, Jack? Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Wir brauchen die Keycard vorher. Da drinnen sah es aus, als ob da ein Fernseher wäre. Es sah so aus, als ob da ein Fernseher drin wäre. Okay, da muss irgendwo hier eine Karte sein. Oh Gott, diese Scheiß... Oh Gott, diese Scheiß... Hm. Wo könnte so eine Keycard sein? Also, entweder... Dieses Geräusch macht mich verrückt. Äh, entweder... Hier... Ich glaube... Das geht auch... ... ... ... ... ... Cinderella, gute Nacht. Schlaf schön. Scheiße, wo ist eine verfickte Keycard? Ah, da war was. Da war gerade was. Da stand gerade... Da! Okay, wir haben jetzt eine Kerze. Wir machen mal kurz an. So können wir besser sehen. Okay. Gut. Okay, alles klar. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ne. Aha, hier ist eine Tür. Oha, die habe ich gar nicht gesehen. Aber... Gott, ist das ekelhaft. Aber der Raum hat keine Bedeutung. Welche Blutgruppe liegt da? A, B. Blutgruppe A, B. Ah, okay. Wir sind jetzt hier, aber... Aber was hat das jetzt für einen Sinn, hier zu sein? Kein Universum. Äh, wir gehen nochmal runter. Tch. Okay, das hat jetzt viel gebracht. Vielleicht... Ah, kein Universales Blut, danke. Vielleicht gibt es noch so eine Tür. Ich... 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 Kuss... 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 Für die... Dreie... Kuss... 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 Scheiß Fernseher! Kuss... 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 Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ohne Momento. Warum haben wir eigentlich so viele... ...so viele, äh, Dinger? Äh, wie heißen die? Äh, Zippus. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich guck mal grad, ob wir nochmal runter können, ja? Aber ich hab... Ne, können wir nicht. Es ist hier oben. Okay, wir gucken jetzt nochmal, okay? Nichts, 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 nichts. 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 Gut, Raum 1 abgecheckt. Raum 2. So, hier haben wir diesen Raum gefunden. Aber... ...der Raum hier hat keine Bedeutung. Warum ist der dann da? Das kann nicht sein. Kein Mensch kann erzählen, dass ein Raum einfach so gemacht wurde. Na ja, bis aufs Dach da oben. Gut. Also nicht gut. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Gut. Abgecheckt. So, hier ist auch nichts. 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 Kein Schlüssel oder eine Keycard. Okay, dann... Was ist das eigentlich hier? Gut. Dann haben wir das auch abgecheckt. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Und gucken, was... ...das für ein scheiß Geräusch ist. Hört ihr das? Nichts. 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 Okay, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Alter, man sieht nichts, ne? Ach, scheiße. Gefettfingert. Ein Staubsauger. Durchaus. Denkbar, ja. Gut. Können wir abhaken. Warte mal. Nicht, dass wir die Orientierung verlieren. Ah ja, genau, genau, genau. Wir sind jetzt hier. Das haben wir abgecheckt. Passt. So, jetzt gucken wir hier noch. Nichts. Jetzt gucken wir noch in dem Raum hier. Auch nichts. Okay. Alles klar. So, da waren wir. Jetzt gucken wir mal hier. Hier können wir einen Schlang. Dafür brauchen wir eine Keycard. Okay. Okay. So, jetzt sind wir hier. Hier haben wir auch schon geguckt. Hier haben wir die Kerzen gefunden. Hier haben wir, äh, dieses Zahnrad gefunden. Und die gehen nicht. Deswegen bleiben wir mal kurz auf der linken Seite. So, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Was ist eigentlich mit dem Raum hier? Hier geht's auch nicht. Also, ich hab hier jetzt... Nichts. Gut. So, und da geht's auch nicht. Und hier waren wir auch, glaube ich, noch nicht. Gut. Und hier haben wir die VHS-Kassette. Alles klar. Haben wir auch abgecheckt. Also können wir hier auch raus. So, den Raum haben wir abgecheckt. Dann gehen wir weiter. So, hier können wir nicht rein. Abgeschlossen. Hier ist nichts. Dann fangen wir erstmal mit rechts an. Und hier ist nichts. Nichts. Gut. Wir gehen jetzt mal kurz runter. Eigentlich will ich ohne Scheiß ungern runtergehen. Ungern runtergehen. Aber vielleicht haben wir hier was vergessen. Vorweg, Bruder. Mit dem grünen Sack. Jetzt holen wir dieses Monster-Ding. Warte, vielleicht haben wir hier was übersehen. Das Ding ist von oben runtergefallen, ne? Hier ist aber nichts. Okay. Okay. So, hört sich an wie ein Staubsauger, ja. Okay. Also unten ist auch nichts. Das Geräusch, ja. So, wir haben jetzt fast alles durchsucht. Fast. Fehlen nur noch zwei Räume. Alles klar. Dann gehen wir hier raus. So, rechts. Wir standen jetzt hier. Rechts haben wir. Jetzt machen wir links. So, Toilette. Okay, hier steht kein Code. Warum sind wir eigentlich so klein? Oh mein Gott, wie sind das kleine Mädchen? Jetzt habe ich es gecheckt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wir so klein sind. Aber wir sind ja das kleine Mädchen. Was ist, wenn wir hier nochmal den Code eingeben, Chad? Wie hieß der nochmal? 1998? 0523, ne? Nee. 0523 geht leider nicht. Habe ich gerade versucht. Nee, okay. Ja, wir haben jetzt, also, wirklich, 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 alles durchsucht. Wir können jetzt nur noch eine Keycard, nur noch eine Keycard oder, ähm, ein Code. Eins von beiden. Der Code besteht aus vier Zahlen. Also, entweder Keycard oder Code. Also, was anderes fällt mir hier nicht, äh, nicht ein, tatsächlich. Access denied. The door is locked. You need to unlock it by Keycard. Ah, runter können wir auch nicht mehr. Also, der Aufzug geht natürlich nicht. Können wir es gerne nochmal versuchen. Ich guck mal, gerade die, äh, Controller. Na ja, dann brauchen wir den Code. Also, ne Keycard gibt's definitiv nicht. Da haben wir jetzt echt geguckt. Und mir ist jetzt nichts aufgefallen, was, äh, mit einem Code zu tun haben könnte. Vielleicht aber hier der Raum. Das kann natürlich auch sein. AB. Blutgruppe AB. Das sind irgendwie Gedärme oder so, ne? Kann das sein? Ah, da war was. Habt ihr es gesehen? Ich muss gerade in der Wiederholung gucken. Da, da, da. Ich hab's gesehen. Da. Oh mein Gott, da ist ne Keycard. Da. Ach, du Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Die war so dunkel. Die Keycard. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt hat der Raum auch einen Sinn. Ja. Wo ist der Scheißraum? Oh fuck. Okay, wartet mal. Oh mein Gott. Die Keycard ist immer noch da. Okay, Moment. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das Zahnrad ist weg. Alles klar. Gut, wartet mal. Keycard nehmen. Und wohin? 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 Wo ist dieser Raum? Oh mein Gott. Ich hatte mich so verlaufen vorhin. Wir suchen. Wir suchen kurz den Raum, wo wir hin müssen. Nee, da nicht. Hier hin. Alles klar. Okay, wir rennen raus. Und dann rennen wir hier lang, links und rechts. Gut. Let's go. Scheiße. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dieser Raum, den macht keiner ohne irgendeinen Hintergedanke. So, haben wir genug Energie? Okay. Eins, zwei, drei. Scheiße. Renn, 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 renn. Kommt das Vieh? Kommt nicht. Fick mich doch. So, und da drin ist der Fernseher, weil die konnte man direkt von hier aus sehen. Da. Gott, verdammt, Alter. Die Mutter hat sie immer geschlagen, aber es ist okay für sie, für die Tochter. Das ist irgendwie mehr als traurig. Achso, du meinst bei dem Typen. Ja, ja. Aber nicht bei uns. Und jetzt? Oh, what the fuck? Fuck. Fuck. Oh nein, 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 nein. So was hasse ich, man. Ich hab Gänseautobahn, ganz im Körper. Boah, ich hab grad übelst ganze Haut. 6, 8, 5, 2, 6, 8, 5, 2. 6, 8, 5, 2. Okay. Okay. 6, 8, 5, 2. Alles klar. Scheiße, wo ist die Tür, Mann? Was ist denn hier passiert? Okay, wo ist die scheiße Tür? Das war sehr verstörend gerade. Sehr, sehr verstörend. 6, 8, 5, 2. Boah, das war wirklich extrem verstörend. Ah, da vorne ist, glaub ich, die Tür. 6, 8, 5, 2. Wo ist die... Ah, da vorne ist die Tür. So, jetzt wird es unheimlich. Mein Traumfänger hat sich bewegt in einem windstillen Raum. Halt's Maul. Niemals. Ernsthaft? 6, 8, 5, 2, 6, 8, 5, 2, 6, 8, 5, 2. Ich muss erst mal kurz einmal... Achso. 6, 8, 5, 2. Oh mein Gott, alter Pingelauf. Ich hätte das Haus ins Brand gesteckt und wäre auf jeden Fall rausgerannt. What the fuck? Achso, okay. 6, 8, 5, 2. Oh, wow. Bilder aus dem Internet waren das. Wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es kann sein, dass das eine echte Familie ist. Ich hab ja schon mal ein Spiel gespielt. Mit echten Ereignissen, echten Menschen, echte Bilder und alles drum und dran. Das war aber echt zu viel für mich. So. Oh, 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 oh. Okay, das ist die Familie. Ich will mal essen. Die Tochter. Die Tochter. Oh, hat die süße Haare. Achso. Sie sind aus wie so ein Anime. Hier haben die immer Fernseher geguckt, okay? Die sind echt süß aus wie so ein Anime. What the fuck? Yo, what the fuck? Ich bin raus, Mann. Ach, leck mich doch, Mann. es gibt kein geld mehr und die können sich die miete nicht mehr leisten deswegen sind sie um zu ziehen my mother and i moved to a cabin in the woods the environment is good for here too it's so peaceful we can't hear the birds shipping get better soon mom get better soon mom but good auf jeden fall geht es ihr besser ist sarah hier ist sarah hier oh mein gott wo bist du sarah where are you sarah i'm behind you die ist nicht hinter mir gott sei dank gott verfickt sie ist nur ein kleines sie ist nur kleines mädchen nur ein kleines mädchen die arme sie ist nur ein kleines mädchen dieses hier you house do you come to visit us this is our new house das ist unser neues heißt kommst du uns besuchen nein es ist nur ein kleines verängstigtes mädchen männis die einfach will dass ihre mit Fange mich, wenn du kannst. Fange mich, wenn du kannst. Wo bist du denn, kleines Mädchen? Okay, kleines Mädchen, du hast gewonnen. Kleines Mädchen. Da gehe ich nicht runter, kleines Mädchen. Oh mein Gott, nein. Was ist das denn hier? Oh mein Gott, wir müssen runter, Alter. Oh, what the fuck? Oh shit. Oh fuck. Okay. Okay. Ah, ay, 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 ay. Okay. Oh, da lang. Ich glaube, da lang. Sie hat ja angefangen, rohes Fleisch zu essen. Hat sich seltsam verhalten. Also glaube ich auch, dass sie irgendwie besessen ist. Aber nur das, nur weil ihr Mann sie betrogen hat. Also was heißt nur? Ich meine, das ist ja schlimm so halt, ne? Das ist ja schlimm so halt. Okay, das ist eine optische Täuschung, aber ich habe gedacht, die Bäume bewegen sich. Aber das ist nur eine optische Täuschung. Alles klar. Was ist das da vor? Nein, Puppen, oder? Sind das Puppen? Puppen. Die verfolgen mich bis zum Tod. Die werden mich bis zum Tod verfolgen. Hier lang gelaufen? Stimmt. Am Anfang, glaube ich, tatsächlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sie hat den Mund ihrer Tochter zugemacht, zu ihrem eigenen Wohl, glaubt die Mutter. Die Mutter denkt ihr, geholfen zu haben, zu reden. E-o-kay. E-o-kay. Oh, fuck. Alter, wie krank ist denn die Mutter? Die macht echt ihrer Tochter die Vorwürfe, weil sie, weil der Mann sie betrogen hat, ne? Das ist echt grausam. Ich weiß euch, das ist wirklich extrem grausam. Was die Mutter da mit der Tochter gemacht hat. Okay, ich glaub, wir können jetzt abhauen. Ich hab da hinten einen Zaun gesehen, tatsächlich. Da. Ich weiß nicht, ob wir da lang können, aber wir gucken mal kurz. Hallo, Ick-Jay. Noch geht's uns gut. Wie geht's dir? Das ist hier ein Farmhaus. Gesundheit, danke. Ich hab dich mal genießen. Okay, wir müssen hier raus. Wie geht's dir, Ick-Jay? Boah, ich hab keine Stimme mehr bald. So. Was so? Geht's dir gut? Oh, mein Gott, what the fuck? Ich wurde die Kinder. Geht's dir gut. Ja, ich glaub auch, dass sie mal Krämpfe hat, nachdem, was sie da gefressen hat. Das ist das Haus, wo wir drinnen waren. Tatsache. Ja, ich glaub, definitiv. Das ist das Haus. Wo wir am Anfang da mit den komischen Typen da waren. Ja, das ist das Haus. Mom has been into Satan all the time now. She keeps looking at me mysteriously and marbling. I look into her diary when she fell asleep. She was planning to sacrifice me to Satan for the return of Dad. Sorry, Mom, I'm poised, I'm poised, I'm poised, we will return soon. I dream of going back to the old two days. Oh, mein Gott, die Mutter wollte die Tochter an Satan abgeben, ihre Seele oder wie auch immer, damit ihr Mann wieder zurückkommt. Und die Tochter hat sich das Tagebuch angeschaut, nachdem sie schlafen gegangen ist und hat das hier gefunden. Okay. Dann soll sie in der Hölle schmoren. Dann soll sie wirklich in der Hölle schmoren. Dann geschieht ihr das wirklich recht. Also, das geschieht ihr wirklich übertrieben recht der Alten, dass sie ihre Tochter dafür opfern möchte. Okay, wir haben einen Hausschlüssel. Sind wir nicht gerade von hier reingekommen? Oh, mein Gott, Alter. Hi, Dad, it's Sarah. Don't be scared. My lips were stretched by Mom. Hi, Vater. Ich bin Sarah. Hab keine Angst. Meine Lippenwund von meiner Mutter. Zu, ähm, Dingsbums. Zugenäht. I told her about your rumors, just like everyone else. Sorry, Dad. I shouldn't have done that. Seems like sacrificing Mom to Satan doesn't work. Maybe my blood isn't the key to getting to you. No, you have returned. It seems like the Sacrifications ritual works. Glad to see you. What the f... Also, welche Tochter? Vor allem so ein kleines Mädchen. Ist so gelassen und tut alles für ihre Mutter. Selbst sowas. Also, das ist schon echt übelst krank. Okay, da können wir nicht hoch. Oh, mein Gott. Fick mich. Die Scheiße. Ich geh... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was? Forgiveness? Vergebung? Oh shit, 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 shit. Vergebung? Oh nein, 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 das mach ich nicht. Vergebung? Cleanst from your sins. Haut rein, Alter. Vergebung. Vergebung. Hier steht nichts. Ich glaube, das bringt nichts. Nein, 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 das bringt nichts. Wir müssen zurück. Fick doch. Vergebung? Ja, da müssen wir halt Vergebung nehmen, ne? Glaube ich zumindest. Weil hier geht's nicht. Hier geht's auch nicht. Vergebnis. Oh mein Gott, was haben wir... Scheiße, wir haben unsere Hand, oder wie? Oh mein Gott. Ja, ich muss die Wagen ausgleichen. Eine Hand abgetrennt. Oh mein Gott, unser Auge. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, das ist so ekelhaft. Sacrifice your heart. Ja, dann sind wir tot. Wenn wir das jetzt machen, sind wir tot. Das heißt, wir waren der Vater, wir waren gar nicht. Du bist... Ich schau. Ich schau. Dunieur.